Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar spielen wir heute mal wieder Brainbow. Äh, YOLOLOL ist auch in meinem Team blau und ist auch hier in dem blauen Score-Bereich. Ist recht lustig. Ähm, ja, wir warten erstmal, dass die Runde losgeht. 30 Sekunden müssen wir dafür noch warten. Und, ja. Moment mal kurz. Nix passt schon. Ja. Ich schreibe dir Skiller Gelb. Bitte. Please. Skiller Gelb. Ähm, ja. Die Runde geht jetzt auch schon los. So. Die Map ist Ender irgendwas. Ich hab's bekommen. Und auch sogar getroffen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gefällt mir. Gut, ich seh's nicht gleich. Okay, da ist es. Es wird zwar jetzt... Ja, der hat's schon. Es ist in der Mitte. Ah, schade. Der hat's noch gekriegt. Hat er getroffen? Ja, er hat getroffen. Ähm, es ist bei uns. Oh, der war nice. Alla auf jeden Fall. Oh, der ist weg. Und ich frage mich alle die Geräte. Und schon wieder bei uns. Ey, das ist unwahrscheinlich. Ich glaube, jeder, der nicht von meinem Team geschossen wurde, ist bis jetzt bei uns reingegangen. Okay, vielleicht auch nicht. Aber es kommt mir auf jeden Fall so vor. So, da unten ist es. Schon wieder. Ey, unwahrscheinlich. Ich habe aber auch schon ziemlich viele reingemacht. Das ist dann wiederum gut. Okay, der hat es einfach verschossen. Eigentlich kann ich ihm eher danken, weil der wäre höchstwahrscheinlich bei uns reingegangen. Ey, ich wollte, dass mich der killt, weil ich eh nur noch einen Herz oder so hatte. Und dann kriege ich den einfach. Äh, ja. Nein. Oh, es leckt gerade. Hallo. Okay, der ist bei uns reingegangen. Schade. Boah, ey. Wie die alle auf uns gehen. Der Redstone-Block ist dort hinten. Komm, dich kriege ich. So, damit die den wenigstens nicht bekommen. Aber jetzt hat er mich dafür gekillt. Naja, egal. So, er ist in der Mitte. Es wäre... Alter, schon wieder bei uns. Wie die alle auf uns gehen, das ist echt unwahrscheinlich. Ah, hat er getroffen? Nein, hab's mir gedacht. Ähm... Und, ja, sehr nice. Der hat getroffen. Team Rot ist auch komplett draußen. Jetzt nicht mehr. Warum hab ich den da raufgeschubst, ey? Und der hat's dann auch noch bei uns eingeloggt. Das war richtig dumm von mir. Also, ich mein, ich hab's nicht wissen können. Aber trotzdem. Ah, da hat er mich noch gekriegt. Ähm... Es ist hier. Aua! Ich verkack auch grad richtig in PvP-Sachen. Nein, ich möchte bitte nicht vergiftet sein. Äh, ja. Ich hab keine Ahnung, wo es ist. Also, der Redstone-Block. Okay, er ist bei uns. Nein, nein, nein. Ah! Na gut, wenigstens haben wir jetzt dann noch die Chance zweimal getroffen zu werden. Aber echt arg. Ach, schade. Den hab ich nicht erwischt. Okay. Oh, Mann. Schade. Oh, es ist direkt bei uns. Alter, den muss ich treffen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Es ist wieder bei uns. Komm, du machst das. Es ist schon wieder bei uns. Warum geht der denn weg? Egal. Ich hab noch bei Gelb reingetroffen. Oh, es ist schon wieder da. Ah, schade. Der ist jetzt bei uns reingegangen. Aber dafür leben wir noch. Und wir sollten echt mal auf Team Grün gehen, ey. Wenn der trifft, dann bin ich Boss. Ich bin Boss, ey. So. Nein. Oh, zum Glück hat er nicht getroffen. Warum? Die sind schon draußen. Also von den Herzen zumindest. Nein. Einfach nur nein. So, der sollte auch getroffen haben. Warum auch immer der auf mich schießt. Ich bin sein Teamkollege. Ah, der hat wahrscheinlich getroffen. Ja. Nein. Du kriegst das garantiert nicht. So. Wieder bei Grün reingelocht. Das wird schon eine ziemlich spannende Runde noch. Ah, okay. Der hat nicht getroffen. Ey, komm. Nein. Oh, Mann. Meine Kackmaus, ey. Beziehungsweise meine Kackhand. Ich schwitze so sehr. Und dann. Ah. Den hätte ich locker treffen können. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir haben kein Herz mehr. Kommt. Den muss ich treffen. Wehe. Der trifft nicht. Ja. Okay, passt. Wir haben noch eine Chance. Und der ist gleich wieder da. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Puh. Ich bin noch draußen. So, wir haben es nämlich nicht mehr. Ich glaube, ich bin noch der Einzige aus meinem Team, der noch frei ist. Verschießt er es? Ja. Geht der rein? Geht der rein? Bitte geh rein. Geh rein. Ja. Okay, wir haben wieder ein Herz. Also ein halbes Herz zumindest. Ey, du gehst mir auf die Nerven. Es wird doch noch spannender. Also ich habe mir gedacht, dass es spannend wird, aber... Es ist schon ziemlich spannend, ey. Und ich habe schon sauviele Scores gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Jetzt sind wir in Führung. Jetzt sind wir in Führung. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Kollege, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein, warum verteidigt er es denn nur? Wir müssen sie... Nein, wir müssen sie doch nicht nur noch killen. Ich dachte, wir müssen sie nur noch killen. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Oh mein Gott, das ist ziemlich spannend, die Runde. Oh fuck, sie haben es. Und es ist wieder direkt bei Ihnen. Bitte verschießt es. Verschießt es. Wie sie es nicht trafen. Bitte einer von denen muss es verschießen. Ja, er hat es verschossen. Ja, er hat es verschossen. Sonst wären wir ziemlich sicher draußen gewesen. Nee, nee, nix mit GG. Ich treff das nochmal. Oh fuck. Okay, der wird es jetzt wiederkriegen und einlochen wahrscheinlich. Oh fuck, der ist nicht reingegangen. Aber er hat bei uns auch nicht getroffen. Insofern ist noch alles gut. Okay, ist es bei uns. Ups, ich wollte nicht... Nee, nee, nochmal schreiben. Oh, jetzt müssen wir nur noch sie killen. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Nee, es lebt noch einer. Wo ist der? Oh, warum? Warum? Das wollte ich nicht. Fuck, fuck, fuck. Okay, komm. Wo ist der? Ich hoffe, er verkämpft sich nicht außerhalb. Das wäre nämlich ziemlich asozial. Ist der da oben? Doch, ich glaube, er verkämpft sich außerhalb. Oh, man, warum, ey? So, mal schauen. Hier hinter, das ist dann hinter Rot. Hinter Rot ist auf jeden Fall mal nicht. Ja, okay, wir haben gewonnen. GG. 21 Scores lief. Richtig nice. Das war auch eine richtig krasse Runde, ey. 22 Kills. 21 Scores. 23 Kills. Ich habe einen Kill weniger als der Topkiller. Und die meisten Scores. Ey, die Runde war richtig krass. Alle sind am Anfang auf uns gegangen. Und dann waren wir auch schon oft fast draußen. Ich war der einzige Überlebende. Hat dann aber immer noch wieder eins eingelocht. Und am Ende haben wir doch noch gewonnen. Das war echt eine krasse Runde. Oh, ja. Wenn sie euch so gefallen hat, auch so gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, eine positive, wenn möglich. Und ja, ihr könnt ja auch gern was in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeinen anderen Spielmodus gern mal sehen würdet, den ich dann spielen werde. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.